Und ich denke mal... Lando aus ganzer Auslandes, dann ein Artikel mit dem Leiter des Baulaufs. Dahinter ist der Zoom an 5. Stelle, gefolgt von Ratshung Sango. Dann Supersonic Slide an der Außenseite, Batshung aus dahinter. So geht es in die E-Guide, der die Niner Maze an Norderstelle. Das ist ein Sky zu sehen. Mit Kussilage, der Außenseite-Positionsverfässer, mit Linden Street. Am Schluss, der Stelle ist Sir Lando in the Next Eye. Das geht in die Dinkenseite, in ein 1.600 Meter. Sind nur noch zurückzulegen. Und Lamu hat das Kommando. Lamu vor dem Artikel ganz an der Innenseite. Das ist Basu, Bestands platziert. Sofort mit dabei. Und dann kommt Basu. Da kommt noch die Lager. Mehr nach vorne. Dann ist Supersonic Slide zu sehen. Lysio mit Nice Dance Paolo in der Bahn Mitte. Ebenfalls dabei auf Montes Ossos. In die 7. Achter, 9. Position schwer ausgemacht. Lamu nach vorne. Lamu hat Ende der Gegenseite vor. Nein, die Artikel, das Kommando. Dann ist die Lager. Dann war's mit Sasu an der Innenseite. Da ist der Nice Dance Paolo. Ratshin Tango. An der Außenseite marschiert. Stiftes Sonic Flight. Da ist der Monte Rosso mit Sanum Sky an der Innenseite. Und dahinter Linden Street. Alles in der Knübel der Formation. Am 1. Stiftes Fälle sieht man immer noch Skalo. Es geht durch den Horner Bogen. Die Führung bei Lamu. Lamu an der führenden Position von Neatico. Sasu ist dritter. Mit Basu. Dahinter Ratshin Tango. Dann Ossin Ago. Dann Stiftes Sonic Slide. Dann Seven Sky. Dann High Dance Paolo. So geht es hier in einer. Aus dem 5. Da sind immer 500 Meter. Lamu an der Spitze Lamu an der Innenseite. Und angegriffen an Neatico. Aber das Buhl mit Asi. Das fließt weiter vorne. Und jetzt kommt Basu. Basu. Alle in Bittung. Da ist Sasu. Sasu ist dritter. Basu. Aber vor Sasu. Basu. Sasu an der Innenseite. Basu und Sasu. Der Holstensprüge mit Tirlando. Basu. In Bordach. Basu. Basu. Das ist Tirlando. Rosensando. Basu. Sasu. Tirlando. Rosensando. Also, Salisa, Lando, Litteschi war ein guter Pasta, war dann Montemont, so an der dritte Seite war die Artikel vor Lucio, vor Scandi, vor Valmondo und vor Seven Sky, der war 12, war 30, dann wie auch immer.